Hallo Freunde und Komplizen, ich bin super glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir mit zwei Produktionen für den Grimme-Preis 2021 nominiert sind. Wir haben die Grafiken für Mazel Tov Cocktail produziert und für den Dokumentarfilm über Wikileaks und Julian Assange. Also, drückt uns die Daumen, vielleicht wird es ja noch mehr als eine Nominierung.